Herzlich Willkommen zur Roten Couch Express von der Messe SPS IPC Drives 2017. Wir sind gerade am Stand von Schmerzsaal und ich spreche mit Siegfried Rüttger. Er ist Projektleiter für Industrie 4.0 bei Schmerzsaal. Grüß Gott, Herr Rüttger. Ja, schönen guten Tag. Was ist denn Ihr Highlight hier auf der Messe? Ja, wir zeigen hier eine Applikation Industrie 4.0 oder Digitalisierung. Das heißt, wir haben unsere Sicherheitssensoren, die wir schon seit langem so einsetzen, mit Diagnoseinformationen, die wir heute in der Lage sind, über einen Gateway bis in die Cloud zu melden, um da einfach eine Speicherung und Auswertung und Optimierung für die Produktion zu realisieren. Was hat der Kunde konkret davon? Ja, wir können einerseits natürlich die Sicherheitsinformationen, die notwendig sind, um die funktionale Sicherheit für das Betriebspersonal da zu haben und andererseits können wir da natürlich weitere Informationen zur Verfügung stellen, die zur Auswertung dienen. Maschinen können damit besser betrieben werden. Sie können Stillstandszeiten vermeiden. Vorausschauende Wartung ist da das Thema. Das sind so die Dinge, um einfach die Produktion zu optimieren. Und auf welchen Trend gehen Sie damit ein? Thema Digitalisierung, Thema Industrie 4.0 ist ja in aller Munde. Das müssen wir einfach berücksichtigen wollen. Über die üblichen Informationen weitere Daten auswerten können, die für eine bessere Betriebssituation da sind. Ja, um einfach zu optimieren, bessere Abläufe in den Betrieben hinzubekommen. Ja, und auch neue Geschäftsmodelle, um einfach da in der Digitalisierung mitspielen zu können. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.